In Hannover scheint es in diesen Tagen schwierig, sich auf das Sportliche zu konzentrieren, selbst wenn der kommende Gegner Bayern München heißt. Die Trennung von Geschäftsführer Jörg Schmadtke war auch am Tag nach der Entscheidung das beherrschende Thema bei den Niedersachsen. Ich bin natürlich heute Morgen vor die Mannschaft getreten, um in erster Linie mal auch das nochmal zu verkünden. Und ansonsten liegt es mir aber fern zu erklären, warum das so ist. Und ich gehe natürlich davon aus, dass der Jörg sich dann auch von der Mannschaft verabschieden wird und dann möglicherweise auch die eine oder andere Frage beantworten möchte. Nach dem monatelangen Machtkampf zwischen den beiden Alphatieren hatte sich Schmadtke im Gespräch mit Präsident Martin Kind auf eine Freistellung zum 20. April geeinigt. Schlomka betrachtet sich nach diesem Rückzug jedoch nicht als großer Gewinner bei 96. Ich hatte noch nie einen Machtkampf oder gar einen Streit mit Jörg Schmadtke. Wir haben sicherlich in der Sache auch mal kontrovers diskutiert. Das, was ich natürlich eindeutig sagen muss, dass der Jörg in den letzten Jahren bei Hannover 96 maßgeblichen Anteil daran hatte, dass wir so erfolgreich spielen konnten. Mein Job natürlich bleibt, in diesem Fahrwasser drin zu bleiben, die Erfolgsstory weiter zu schreiben. Gegen den neuen deutschen Meister aus München brauchen die zehn platzierten Hannoveraner nach dem Schmadtgewirbel die volle Konzentration, um die Chance auf die Teilnahme an der Europa League am Leben zu erhalten. Eine kleine Serie macht Schlomka jedoch Mut. Wir haben ja auch aus den letzten vier Heimspielen drei Mal gegen Bayern München gewonnen. Also man kann ja sagen, dass wir vielleicht, wenn es hier in der AWD-Arena um Punkte geht, wir durchaus ein Angstgegner für Bayern München sein können. Und das wollen wir gerne unterstreichen in dieser Partie am Samstagnachmittag. Dann dürfen die Hannoveraner beweisen, dass sie den Trubel um Schmadtke gut überstanden und das Zeug zum kleinen Angstgegner der großen Bayern haben.